Herzlich Willkommen! Heute wäre unsere Sendung Hoffnung um 12 und wir möchten dich gerne einladen für heute Abend für die Sendung Gebet für dich live. Ja, Gebet für dich live senden wir über YouTube natürlich, aber auch über Anixe und Anixe Plus. Schalte ein, lade andere dazu ein. Wir haben interessante Themen und auch ein wunderbares Zeugnis. Schalte einfach ein, du wirst es nicht bereuen und sende uns deine Gebetsanliegen. Also dann bis heute Abend. Wir freuen uns auf dich. Ja, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.